Nach eigenen Angaben hat die Armee Israels den Kommandeur der Hisbollah-Luft-Einheit im Libanon ausgeschaltet. Zuvor hatte die Hisbollah die Verantwortung für den Angriff auf eine Kommandozentrale in Israel übernommen, jedoch bestreitet sie den Dienstgrad des nun Getöteten. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge einen Kommandeur der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon getötet. Der Kommandeur der Hisbollah-Luft-Einheit im Süd-Libanon, Ali Burqi, sei am Dienstag eliminiert worden, erklärte ein Sprecher der israelischen Armee. Er sei für den Angriff auf einen israelischen Armeestützpunkt am Tag zuvor verantwortlich gewesen. Israels Armee nimmt in der Regel zu solchen Aktionen nicht Stellung. Die Hisbollah bezeichnete Burqi in ihrer Mitteilung über seinen Tod nicht als Kommandeur. Burqi sei absolut nicht der Kommandeur der Hisbollah-Luft-Einheit oder für den besagten Angriff verantwortlich gewesen, hieß es laut der Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der Hisbollah. Hisbollah haben Kommandozentrum beschossen. Die Hisbollah hatte sich zuvor zu dem Angriff auf eine Kommandozentrale in Israel als Vergeltung für die Tötung eines ihrer Kommandeure und des Hamas-Vizechefs Saleh Al-Araruri bekannt. Die mit der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas verbündete Miliz erklärte, mehrere Drohnen auf das Kommandozentrum der Nordregion der Armee abgefeuert zu haben. Die israelische Armee bestätigte den Absturz eines feindlichen Flugzeugs auf einem ihrer Stützpunkte im Norden des Landes. Verletzte oder Schäden habe es demnach nicht gegeben. Laut einem Bericht der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA kam es am Dienstag zudem zu einem erneuten israelischen Angriff auf den Südlibanon. Zunächst hieß es aus Sicherheitskreisen, dass dabei drei Hisbollah-Kämpfer getötet worden seien. Später erklärte die Hisbollah, vier ihrer Kämpfer seien getötet worden.